...von drei Endläufigungen, können wir uns zunächst um die Serienvertragung aufgestellt werden. Genau, und Mackie, wir übernehmen dann jetzt nochmal die Führung, da ist das hier schon unterwegs, die Toyota MR2, dann die 289-Fahrer-Team, das ist Piran Müller. Ja, und da kommt aber ein weiterer, schneller Toyota MR2 dazu, das ist die Startnummer 267, das ist okay, die Führung, aber die Führung ist so hoch. Dieser junge Mann, der versucht jetzt außen herum mit der Startnummer 302, das ist Thorsten Kocken. Und da ist bei dem Mackiepe vorne die Haube aufgegangen, da kann er nichts mehr sehen. Also der fährt jetzt nach Gefühl oder durch die Schlitze unten in der Haube. Und da sagt natürlich der BMW, Mann Thorsten Kocken, schönen Dank. Kann noch sehen, ich weiß genau, was da ist. Und überholt der, der übernimmt die Führung, den BMW. Jawohl, da ist er vorne. Thorsten Kocken, Mackiepe dahinter. Ja, die BMW-Fraktion macht alles ein bisschen frei und kommt ein bisschen näher. Ich denke mal, Jön Möller, der muss jetzt gucken, woher bleibt. Mit dem Hintergrund kommt so ein großer BMW und ist sehr, sehr schnell. Ja, Kiepe hat das clever gemacht. Er hat große Schlitze dort unten in die Motorhaube hinein gefräst, dass er im Falle eines Falles, so etwas passiert ja durchaus nicht selten, auch weiterfahren kann. Denn wenn du da hübsen siehst, musst du natürlich rausfahren, das ist klar. So, ja, ich stehe weiterhin auf Platz 2 in der Mackiepe. Der Mann mit der Startnummer 211. So, 392. Nieke Höhner, wo man das vor den D gekannt hat, fährt mittlerweile vorbei an allen auf Platz 2, da mit BMW-Doppelführung, jetzt hier mitten im Endlauf der Serie. So, Marc und Marc Kiepe hat den nächsten neben sich, eine geniuter MR2, älterer VA zwar, aber deshalb liegt der Schlitze Kiepe ganz außen herum. Aber die zweite 89, Jön Möller, hat einen Weg gefunden, jetzt hier auf Platz 3. Da ist der zweite BMW-Fahrer, Nick Wöhner, der 3992, und der ist viel, viel schneller als der führende. Björn Möller ist auf Platz 3, mal dahin, Fahrkiepe auf der 4, und die 378 Schiffern-Volpaster hinterher, und das ist Felix Lukas. So, und jetzt wird's nochmal ganz eng, und dann sind das die letzten Meter. Die beiden BMWs machen es unter sich aus, und die 302, Thorsten Kocken gewinne ich. Herzlichen Glückwunsch vor der 392, die Grüner, dann Björn Möller, dann Marc Kiepe, und dann kommen die letzten beiden auch noch ins Ziel, und es wird nochmal spannend, aber nein.